Hallihallo Mahlzeit! Guten Morgen! Schöner Samstag! Hier sind wir in der Neverwinter unterwegs in unserem Healbade und zwar habe ich die Woche gut Gas gegeben Ich habe natürlich weiter hier schön die Kampagne gewendet Das können wir uns mal zeigen Hier sind wir durch Haben wir alles gekriegt, alles gegönnt, alles geworden Hier gibt es noch Das können wir noch mal machen demnächst Aber da dauert doch ich noch ein paar Tage Und da gibt es jetzt hier eine neue Quest Bei ihm hier Die haben wir jetzt So So Das Ungesehene ist oftmals greifbarer als Größe Eure kontinuierlichen Bemühungen den Zustrom an abyssischer Energie einzudämmen waren für die Heilung des Narbondelen von unschätzbar großem Wert Schon bald werden wir uns daran machen das Viertel wieder aufzubauen und den Schaden den Grompf mit seinem wahnsinnigen Plan angerichtet hat ungeschehnt zu machen Das einzige was diesem Vorhaben im Wege steht sind die Aktivitäten von Grompfdienern Wir haben ja zu viel So Wir brauchen jetzt eine Gruppe für Hans zu schließen und für den Netzmeister zu kennen Ich schaue noch, der sucht schon gemacht Ich schaue noch, der sucht Ich schaue noch, der noch Bock hat Ansonsten so eine kleine Hand können wir auch alleine machen Aber die großen, da brauchen wir natürlich Hilfe Die schauen wir alleine mit Schaut mal, hat der schon ein paar Leute gestartet Oh, das ist gut Da können wir direkt die Instanz wechseln auf die Eins Und dann jetzt ein bisschen Miesen Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder Die Verbindung bricht auch ständig ab So Gruppe wartet Da hinten So Schon direkt eine größere Hand Das ist natürlich gut Oh damn Wenn das nicht besser wird, dann können wir den Stream vergessen, ey Weil in letzter Zeit das Internet echt gut war Zeitweise bis zu 35 Mbit Komm rein da Rein Junge Komm rein da Rein Junge So 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 Wir nehmen natürlich wieder Bösartigkeit Und dann kriegen wir Kann man Elite Embleme bekommen Schön Das Tool haben wir jetzt mal ausgeschaltet Wir nehmen uns später nochmal Wir nehmen uns später nochmal Und dann haben wir hier Ugly Ugly Cut Gut Und dann Dreht Klaas Auge den Nacken So ein Teil noch, das soll die Beste sein Und dann werden wir hier Das Teil noch nicht gut Mit dem Schöne Graf hier Schau, komm mal, ich weiß nicht, was ich wusste. Let's go oh ach, was ist denn dabei? ja da kommt eine Witze ja, die waren grossen, sehr gut und da brauchen wir echt ein gutes Ziel sonst würde es nix so, da sind wir schon wieder drin wenn wir das geschafft haben dann haben wir schon die halbe Miete und hier die Protomaschine, die wird eh mehrmals am Tag gecleared und ähm einen kleinen Riss schafft man auch alleine, wenn es sein muss dann wieder ein im Kwar im Kwar das kann ich nicht ankreiden dann wieder ein dann wieder ein Jetzt geht's bis hier. Da gibt immer keine Lübefragmente, das ist ja echt selten. Das ist vorbei, ich bin keine Drehung mehr. Die Drehung ist hier, let's go. Genau wie die Eure! Und du musst hier jetzt insgesamt die Eure zu schliessen, wenn du drin bist. Meine Seele ist verwehrt! Genau wie die Eure! Das Gift wird dich vermennen! Komm, 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 zieh durch den Eure! Die 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 Eure! Auf jeden Fall darf derjenige, der das hier ausgelöst hat, den Regen darf nicht mehr raus aus dem Legen gehen, sonst ist der weg. Und dann hat man verkackt. Dann muss man so, jetzt glaube ich, dann... die Eure! Ja, stimmt, dann muss man so, jetzt noch nixeln! Jetzt geht ja nix mehr! Das ist richtig mies! Der alte Regis wird den Tag gerettet! Aber warum packt ihr nicht auch mit an? Sieh, sieh! Die Eure! Das ist richtig, wie der Kuss! Ja, das war ganz gut! Und dann sind wir hier auf der Kuss! Die Eure! Die Eure! Der ist schon wieder mit der Eure! Der ist schon wieder! Ich hab auch! Oh, 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 oh! Let's go, Po! Oh, jetzt mach ich den Puffer Da komm ich Zieh durch O.M.G O.F. Ja, dauerk. Baut ihr eine? Für dieuela? Ich gucke bitte ich. 1. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. Da ist der Bock da jetzt dritten, ja. Auskommandeur, oder? Die Tränen zu kloppen. Muss man ja nicht mal zurück nach dem Zoo verwandt, da würde die Zeit nicht so gar nicht. Na, Odinik. Ich weiß nicht, wie das er ist. Da muss man sich da einmal, jeder eine Stunde oder so, und die Leute auskommande. Das sind Tränen. Das sind Dicken. Kann man da graden. Na, 8. Und die Tränen. Im Korridor 120. Also ich brauche aktuell 120 fürs nächste Upgrade, für meinen Artifakt. Und dann kann ich hier in diesen Rissen, weil ich, ähm, der Typ hat, unter Böseartigkeit, ne. Im Prinzip, kann man, ähm, pro Run, ähm, pro Run 20, und das ist schon ordentlich. Dafür, dass man sie sowieso jede Woche machen muss. Und hier die, na okay, in der normalen Gruppe, von zwei, drei Leuten. Da für ein paar Minuten. Weg, Schnetzel. Geht nicht da von vorne dran. Geht nicht da von vorne dran. Was sind denn jetzt eigentlich mal Positionen? Die haben wir gefeuert. Oh, Was ist es? Okay. Okay Das geht zu zweit Oh, da ist der Schuh vorbei, da ist der Schuh vorbei, da ist der Schuh vorbei. Alle Rüsselkord von mir, shit. Komm mal zur Maschine, Maschine, Maschine. So, dann gehen wir mal zur Bauch und sagen. Ne, wir verlassen mal die Kuppe. Da hab ich keine Bock mehr drauf, wir warten jetzt, bis Brudomaschine läuft. Und dann machen wir noch einen Riss alleine, wenn die wieder respawnen. So, dann sind wir schon mal auf dem Schuh hier. Und jetzt... Da haben wir heute einen Schuh hier. Scheiße, wärme um den Schuh gemacht. Ein paar blicken auf den Rüben. Ja, das läuft's auch wieder. Junge! Wir wollen den jetzt wirklich nicht mit vielen Leuten kribbeln in den Blatt. Das ist ein schönes Gefühl. Was für Irgendwo meinst du? Keine Gegners mehr. Die letzte Zeit kann schon ein paar Minuten gehen. Wir kämpfen wieder draußen. Jetzt kommt der Wasser. Wir kämpfen. 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 Das könnte ein bisschen bremslich werden. OMG, was ist hier los mit dem Boss? Ich habe mir gezeigt, ob wir da fertig sind. Aber immer noch welche Leute da draußen kämpfen. Was soll das denn? Oh, OMG! Super gut! Super gut! Schau mal, ja. Das hier ist für den Zeitpunkt. Ich glaube, das wird nichts.